Weg vor uns, vier, vier, fünf Leute, ne? Ja, ja, ich seh's. Die misch ich auf. Vor mir sind dann einfach vier Leute gesto- Ja, ich hab ihn gesehen. Ach, du hast mein Muni gesehen. So, jetzt bin ich... Okay. Okay. Gut gesplattet. Ja. Ich versteh's wieder nicht. Ich geb ihm zwei Schüsse, er gibt mir einen. Ich bin tot. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Rechts von dir irgendwo einer. Ja. Rechts close. Los. Ja, das ist irgendwie komplett los. Ja, das bin ich auch mal bei. Ausnahmsweise. Der lebt noch, der lebt halt noch. Was ist das denn? Alter. Zwei haben... Zwei von denen haben so ein bisschen Auge Richtung Tunnel gemacht. Ja. Ja, aber bis sie da... Hm. Scout, report in. Dann hat er auch noch einen push. Hm. Ähm. Ähm. Es kochen... Es kochen nötig irgendwie welche. Ja, ja, ja. doch, va. Töten. können wir ihn nicht öffnen. Ja, das ist unten. Lass liegen. Wirklich. Sperren. Die sind in den Augen. Aber links ist ein bisschen... Ja, einen hab ich. Ja, 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 den ist gekehrter, den hab ich. Ja, ja. Aber... We are taking Alpha. Ah, ich hab getroffen. Nice. Oh Mann, ey. Ich hab doch den Zug herankommen. Ja, ja, die. Oh, ja, auch 10. Ich muss grad reloaden, da kamen so viele Facken. Ja, das ist die Weile. We got more ticked. Hä? Was hab ich denn gesehen? Ich hab in komplett eine andere Richtung geguckt. Okay, wir brauchen einen dreisteren Trupp-Tunnel jetzt. Ja, ich kann nicht gleich dahin leiten. Ich muss nur kurz hier alle killen, die noch hier rumliegen. Ja, oder wir nehmen insta... Oh, Charlie ist der rechteren. Drinnen ist auch schon bei diesem runden Ding. Ja. Da waren drei Leute noch oder so. Zwei Leber kann da rein. Charlie. Der Hof springt, glaube ich. Gerne. Ich mach mir ein bisschen leid, der Junge. Hey, was ist denn das? Ey, ich treff den 20 Mal mit einem G und er stirbt nicht. Naja, egal. Und dann alle Gegner. Ich hab den doch getroffen. Ich glaube, links von hier, oder jetzt gerade aus dem Buch, da war einer. Ich hab gerade das Gefühl von Feuer gesehen. Von dem Feuer. Charlie ist ein Ding attack. Aha. Ja. 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 War böse zu mir. Stimme bis hin. War vorgekommen. We have a dicken pro- Hab ich ge-team-killt? Dammit! Alter, viele sind ja da drin! Ja, da sind ein paar viele drin, ja. Warum machen die das immer, die Gegner? Weil die dumm sind. Da hinten ist ja gar nichts. Was ist das? 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 Weiß nicht sicher. Was ist das? Wir sind ja ein paar bis hin! Das ist kein Geschmack! Wenn du so kommst, dann kommst du ja Natürlich Kaspar, Ruscha mal wieder mit den Gottesmeets Ja, genau Ja die kommen jetzt aber auch von, guck mal auf die Map Ja die pushen richtig ins Feld, wir müssen sprechen Ja, er ist einfach im Haus, wie auch immer er da reingekommen ist Leben Tatsächlich durch die Vordertür Ja, ja wir kamen nicht bis zur Vordertür Wir wurden halt auf dem Weg zur Vordertür erschaffen Das ist halt mal ein bisschen Glück Dann hab ich Oh, wir sitzen hier nicht weiter nach rechts Als obesta Ich werde bewegteam-kit mit dem RPG, ey ich krieg die Motten Vielen Dank.